Musik Dieser wunderschöne Kangal-Rüde heißt Ismo. Ismo ist ein wahrer Aufpasser. Seine Lieblingsmenschen stehen stets unter dem wachsamen Blick des jungen Rüden. Daher ist er Fremden gegenüber manchmal etwas misstrauisch. Musik Wenn er aber einmal Vertrauen gefasst hat, zeigt sich sein außerordentlich Liebeswesen. Wie jeder junge Hund ist Ismo energiegeladen und tobt gerne herum. Manchmal ist er etwas ungestüm dabei. Deswegen wäre ein großer Garten zum Spielen optimal. Mit anderen Hunden kommt er klar. Ein Besuch einer Hundeschule wäre sicherlich eine große Freude für das pfiffige Kerlchen. Wer möchte Ismo gerne ein neues Zuhause schenken? Wer möchte IsDoch sein? Untertitelung des ZDF, 2020